Meine Damen und Herren, Sie hören jetzt eine Oper. Weil diese Oper so prächtig sein soll, wie nur Bettler sie sich erträumen könnten. Und so will ich, dass auch Bettler sie sich leisten könnten, heißt sie die Drei-Groschen-Oper. Mondlicht, schau hinauf in das Mondlicht, geh ins Land der Erinnerung. Meine Herren, heut sehen Sie mich Gläser abwaschen und ich mache das Bett für jeden. Und sie geben mir einen Penny und ich bedanke mich schnell und sie sehen meine Lumpen und die sonkelte Rote. Und sie wissen nicht, mit wem sie reden. Und sie wissen nicht, mit wem sie reden. Aber eines Tags wird ein Geschrei sein am Hafen und man fragt, was ist das für ein Geschrei? Und man wird mich lächeln sehen bei meinen Gläsern und man sagt, was lächelt die dabei? Und ein Schiff mit 80 und mit 50 Kanonen wird liegen am Kai. Man sagt, gewischt deine Gläser, mein Kind, und man reicht mir den Penny hin. Und der Penny wird genommen und das Bett wird gemacht. Es wird niemand mehr drin wohnen in dieser Nacht. Und sie wissen immer noch nicht, wer ich bin. Und sie wissen immer noch nicht, wer ich bin. Aber eines Tags wird ein Getöss sein am Hafen und man fragt, was ist das für ein Getöss? Und man wird mich stehen sehen hinter dem Fenster und man fragt, was lächelt die so böse? Und das Schiff mit 80 und mit 50 Kanonen wird beschießen, die Stadt. Und es werden kommen hundertgeen Mittag am Land und werden in den Schatten treten und fangen einen jeglichen aus jeglicher Tür und legen ihn in Ketten und bringen ihn mir und sie fragen, welchen sollen wir töten. Und sie fragen, welchen sollen wir töten. Und an diesem Mittag wird es still sein am Hafen, wenn man fragt, wer wohl sterben muss. Und wenn dann der Kopf fällt, sage ich, hoppla! Und das Schiff mit 80 und mit 50 Kanonen wird entschwinden mit mir. Herzlichen Dank. Das klang cool. Das ist tatsächlich das Intro zu Dreigraschen Opa. Ich meinte damit Zunami nicht so. Bitte, 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 bitte. Du hast das auch gut gemacht, da wolltest du nichts einreden. Danke, das ist gut. Schoko weiß das gut. Ich dachte, du liest so wie Macbeth oder sowas, aber nein. Ja, und Abemir und Poltags freuen sich gerade erheben, die anderen sind schon vor Stunden gegangen, da könnt ihr noch sehen, wie zum Abschluss der letzte Rauschmeister ein Grangora-Gondeliere nach draußen tritt auf die Bühne und er schmettert sein Lied, wie man das Grangor überall hören kann. Applaus Was für eine Oper, ein wunderbarer Saisonauftakt, nicht wahr? In der Tat, sie haben nur geht, aber passt. Tja, selbst schuld, wollen wir morgen wieder in eine gehen? Wollen wir einmal ins Programm schauen, wir können ja ein Aperitif unternehmen. Oh ja, es ist auch erst kurz vor knapp, da haben wir noch Zeit. In der Tat, in der Tat. Es tut aber gut, sich mal wieder die Knochen zu strecken. Ja, boah. Epische Ausmaße, diese Oper, aber wunderbar. Exzellent. Ich sollte dem Programmdirektor eine Mitteilung schicken vielleicht und dem hervorragenden Baritona vielleicht einen Blumenstrauß. Oh, und ich muss sagen, die Ausgestaltung der Kostüme hat mir sehr gut gefallen. Ja, habt ihr diese Spitzen gesehen an ihrer Kleidung? Hervorragend. Oh ja, jeden Fall. Und die Seide, eine sehr schöne Wahl. Ich muss wirklich sagen, das können sie echt gut. Ja, wir sollten vielleicht auch diesen Bediensteten einen Silbertal dazu schicken für seine Empfehlung. Ja, ich denke auch. Der hat sich ein großes Trinkgeld verdient am Ende unseres Aufenthalts. In der Tat, in der Tat. Nun lass es gehen. Sonst ist das die DJCs aus. Ja, äh, noch einen zum Absacken. Ha, ha, ha. Ja, geh dir. Ja, wenn ihr dann irgendwann viel zu spät in der Nacht wieder auf eure Zimmer kommt, kann Boltak feststellen, dass wohl in seinem Bett bereits jemand liegt. Das Schnarchen kündet von Rafim. Ja. Na gut. Ja. Zieh mir den Bademantel an und leg mich selbst ins Bett. Ja, die Couch ist auch von Diamantes besetzt und weder Rafim noch Diamantes haben hier ein eigenes Zimmer und wollen dafür bezahlen. Das ist nicht schlimm. Okay, wie wollt ihr den nächsten Tag in Kurslik verbringen? Wollt ihr noch irgendwelche Dinge mit Magiern besprechen? Wollt ihr Tempel besuchen? Fangen wir einfach mal in die Runde. Ansonsten ginge es mit zahlreichen Briefen wieder zurück in die Heimat, nach Kunjum. Aber wir fangen einfach mal an bei Abelmir. Du bist als Horasier. Nicht ganz zu Hause, aber. Genau. Zuallererst will ich natürlich meinen Onkel Ancanio Pata raussuchen. Es gehört sich so als, ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen und wenn ich schon mal ein Kurslik bin, sollte ich ihn auf jeden Fall aussuchen. Und mich da auf dem Wohlbefinden meines wirken Herrn Vaters zu akunieren. Berät dich und gib dir nicht nur Testamente mit, die schon vorausgefüllt sind, sondern auch Versicherungspapiere. Du weißt ja, er ist ein liberaler Rechtsgelehrter. Mittlerweile wurde auch schon in der dritten Ehe verheiratet. Da gab es wohl wieder Neuigkeiten, die du nicht mitbekommen hast. Aber er gibt dir verschiedene, nicht nur Testamente mit, sondern eben auch Versicherungen, Rechtsbelehre, wie du dich im Rahmen deines Kapitänsposten oder aber nur als Schiffsmagus dann verhalten kannst, sollst, darfst und musst. Natürlich, ich würde nicht so Beiler wie einstecken, aber mich nicht wirklich. Aber wir sind sehr stolz auf dich, sehr stolz, musst du wissen. Ich weiß, aber. Du hast dich wirklich gemacht. Endlich. Wir waren ja immer sehr enttäuscht von dir. Bis auf deinen Großvater, der hat hier immer große Stücke auf dich gehalten, aber du musst wissen, selbst deine Mutter war echt enttäuscht von dir. Ja, ich bin, wie geht es, Vater? Nun, er kämpft, er kämpft, er kämpft. Er macht jetzt, nun, er hofft, dass er sich aus dem Schlamm ziehen kann mit deinem guten Namen. Er sagt immer, du bist dein Lieblingssohn. Nun ja, ich bin dein einziger Sohn, aber. Damit lügt er nicht. In der Tat. Das muss ja keiner wissen, dass sie nur ein Kind gehabt haben. Er richtet ihm, mein Vater, herzliche Grüße aus und sobald ich kann, werde ich ihn natürlich aussuchen. Und ja, wie geht es deinem Sohn, Nipolemo? Gut, gut, gut. Er hat seine Wirtsstube ausgebaut. Und hat er eben auch so, nun ja, verderbliche und verbriefliche Laune wie sonst? Nun, darüber reden wir nicht. Ja. Ich wünsche ihm alles und euch natürlich alles Gute, aber. Ich glaube, es hat immer an dir gelegen, nicht an ihm. Wie meinst du, du sagst, dass er immer mäkelig ist, aber er ist nur mäkelig, wenn er dich sieht. Nun ja, das bot wohl auch Gegenseitigkeit, aber ihr habt ihn prächtig erzogen, natürlich. Ja, er sagt, ich habe hier diese Sammelkarte mit einem silbernen Rahmen. Würdet ihr die eventuell mitnehmen und einmal unterschreiben lassen? Gerne. Von allen? Nein, nein, nur die von Bolltags. Die ist am meisten wert. Natürlich, ich kann ihn fragen. Ich denke, er wird es machen. Sonst, was ich für euch tun kann? Du guckst so ein bisschen, als er gerade das Sammelkartenalbum rausholt. Er hat da wohl auch drei Karten von dir. Die sind auch alle mit einem silbernen Rahmen. Die Unterschrift ist zwar schon drauf, aber die hast du nicht unterschrieben. Es ist ihm aber auch egal. Ja, gibt er dir noch die Karte für Bolltagsbett. Okay, was möchtest du noch machen? Ich würde gerne, wenn ich das darf und wenn wir mich einlassen, vor allem natürlich die Bibliothek der Hesinde besuchen. Und ja, was möchtest du da mitnehmen? Ich würde speziell nach zwei Büchern suchen. Und zwar einmal ein Buch, von dem ich weiß, was es gibt. Ich weiß nicht, ob es hier gibt und ob es kopieren lassen könnte. Und zwar das Handbuch der Konstrukteure von dem genialen Meister Leonardo. Ja, aber sollte machbar sein. Das Weiteren suche ich ein etwas spezielleres Thema. Und zwar ein Lehrbuch für marische Glyphen und Sprachen. Das ist wahrscheinlich nicht ganz so einfach zu finden, vermute ich, wenn es hier ob gibt. Gib nur mal eine Staatskunstprobe. Ich erschwer sie dir um zehn. Okay, Sekunde. Warum Staatskunst? Weil er sich in der Kusslicker-Hesinde-Bibliothek... Allein die Frage, warum? Na, ist das nicht ihre Hauswirtschaft? Nein, das ist sowas von Staatskunst. Viel Verwaltung und Diplomatie als Spezialisierung. Ja, würde ich zulassen. Ein pikierter Hesindeke weiter wird dann, nachdem man deine erste Abschrift in dir gebracht hat. Man muss ein bisschen länger diskutieren. Sprachen ist kein Problem, aber dass du dann noch magische Sprachen und Schriften bekommst. Nee, magische, nicht magische. Ach so, magische. Ich habe magische verstanden. Magische, wie die magische Altblau, von die Blauen und von Schwarzmagen. Ja. Deswegen sagt sie eher ein etwas spezielleres Thema. Okay. Doch, gebe ich dir trotzdem. Das ist eine sehr alte Abschrift, beziehungsweise das Buch ist sehr alt. Ein abgeflattertes Effort-Wademekum mit Randnotizen. Das wohl vor einiger Zeit ein FH, die wohl mal Randbemerkungen geschrieben hat. Du bekommst das Wademekum nicht ausgehändigt. Nur die Abschriften werden dir sorgfältig mit einer Seitenzahl angefertigt. Also Seite 2, Seite 3, Seite 7, welche Randbemerkungen dann diese Affäre, die dran geschmiert hat. Und nur die Randbemerkungen bekommst du. Ja, dann sage ich, wenn du eventuell etwas herausziehen kannst, um diese Sprache zu erlernen, dann ist man auch wirklich irgendwie... Ja, schwer, aber wo kommst du? Also du darfst es nicht im Selbststudium, also nicht im Lehrmeister oder im Gegenseitigen, sondern im Selbststudium kannst du Marisch lernen. Alles klar. Gut, das waren so Kleinigkeiten. Ich würde mir noch in der Kiste Bosporania besorgen und natürlich 6 Flaschen Bosporania in der Kiste. Alles klar. Und ein Fläschchen Parfüm beim Parfümöhr. Gar kein Problem. 1.1001 Rausch für meine Verlobte Isha. Ja. Weil ich kann nicht ohne Geschenke zurückkommen, es geht gar nicht. Ich bleibe den Kopf ab. Warum holst du dann was Thulamidisches? Warum holst du nichts aus dem Ohr ausreich? 1.1001 Rausch Stammfläuhr aus dem Ohr ausreich. Nö. Dann würde ich etwas so in den Ohr ausreich nicht. Wahrscheinlich Rosenübel gibt es auch diese. Hallo, Stoll Nummer 5, direkt aus Siedler. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Ich würde Rosenübel aus Behanca bevorzugen. Oh, Dadler. Wir haben, wir haben einen neuen Produzenten, wenn ich mögt, Bruno Banani. Bruno Banani, zeigt mir einmal die Note. Ja, es riecht männlich. Okay, es ist für eine Frau. Habt ihr es verstanden? Für meine Verlobte, nicht für mich. Oh, ja, dann lasst ihr mich einmal schauen. Dann hier das neue Britney Spears. Das klingt so neumodisch. Ich bevorzuge eine etwas exklusivere Note. Habt ihr Rosenübel aus Behanca? Ja, wir haben wir. Ja, wir haben wir. Selbstverständlich. Ein kleines Wettchen. Ja, oui, Monsieur. Ihr seid aber schon seit 1027. Natürlich. Vielen Dank. Ihr packt es mir ein und schickt es Ihnen das Hotel. Ja, oui, Monsieur. Ich habe den Namen gerade vergessen. Gut, dann fragen wir zu, Lamin. Was möchtest du tun? Ich glaube, Diamant das wollte. Ja, wenn Sie mich als Alan Fahner da einfach dreist vordrängeln. Und zwar möchte ich einige Einkäufe erledigen. Am Vortag zur Oper hätte ich noch einen Feinschmied aufgesucht, der mir eine Maske anfertigen soll. Ja, eine Halbmaske oder eher eine Viertelmaske, die über die rechte Gesichtshälfte bis hin das gesamte Ohr oder das, was mal das Ohr war, bedeckt, speziell auf sein Gesicht angepasst. Du möchtest eine Phantom-der-Opa-Maske haben. Ein Phantom-der-Opa-Maske, du hast es. Genau, also mit einem Wachsabdruck direkt aufs Gesicht angepasst, sodass es auch ohne großartige Schnallen halten würde. und vielleicht noch ein wenig in die Wunde reingedrückt oder wie auch immer das Halt-Konzept, dann passt Hauptsache es hält. Und da blätter ich gerne ein bisschen mehr hin. Soll aus Silber gefertigt werden. Die Preise berechne ich dann. Ich glaube, das wird nicht großartig. Oui, Monsieur, natürlich. Und dann würde ich noch, weil wir hier im Horace-Reich sind und die die besten feinmechanischen Bestecke haben, ein eben solches erwerben wollen. Und zwar ein herausragend gearbeitetes Feinmechanik-Besteck. Das wird sich auf um die 100 Ducaten gelaufen. Erleichterung, sieben Punkte. So ist das. Sollst du für kommen hin. Du kannst tatsächlich auch ein solches erwerben. Und wenn du dich herumfragst, wird man dir sagen, dass tatsächlich zur Zeit wohl Palmyra Tattufo in der Nähe sein soll. Und wenn du dich weiter herumfragst mit deiner Gassenwissen-Probe, dann wirst du in der Magierakademie Palmyra Tattufo vorfinden. eine meisterliche Arcano-Mechanikerin aus Bellhanker, die dir dieses hervorragend gearbeitete Besteck gibt. Ja, großartig. Der Name sagt mir OT sowie IT nichts. Also wenn sie dir OT nichts sagt, dann musst du das ändern. IT ist das selbstverständlich nicht bekannt. Die ist cool. Die hat magische Drachen, die in ihrer Werkstatt stehen, wo Zwerge den Drachenkampf üben können. Okay, cool. Das klingt nicht sehr zwergisch, magische Drachen zu haben. Nein, die sind keine echten. Die sind mechanisch. Magomechanisch. Da explodiert ständig irgendwie die Werkstatt, wenn man dran vorbeigeht. Aber bist du dir sicher, dass es nicht in Wahrheit ein echter Drache ist, der sich nur tarmt? Zu Damien, was möchtest du noch tun? Nicht viel Besonderes. Also ich klappere ein bisschen Tempel ab. Ich denke, es wird niemanden überraschen, dass ich dem Raya-Tempel einen Besuch abstatte. Aber ich gehe dann tatsächlich auch zum Hisinda-Tempel. Denn hier ist die Verehrung der Erzheiligen Kanizet sehr stark. Und ich möchte mir da tatsächlich das wesentliche Heiligtum raussuchen, eine großzügige Spende dalassen und für Kanizetianas Seele beten. Das ist sehr nett von dir. Ja, dass ihm die Einsicht kommt und dass die Erzheilige Kanizet doch ein gutes Wort für ihn einlegen möge bei Hisinda. Und Serpentilio hatte ja Jellef Ibn Yassafah noch eingeladen. Also da würde ich mich auf jeden Fall dazusetzen und nochmal das mit dem Tetraeder diskutieren und so überhaupt. Ja, dadurch, dass es zurzeit noch nicht vorliegt, kann er gerade wenig sagen. Er vermutet, dass es die Sphären aufspaltet und dass man damit eventuell wohl auch weitere Erben von dem Magiergraf aufspüren könnte. Also sollte man einen solchen Terilion Tetraeder erwerben, wie viel es davon gibt, weiß er nicht, könnte man damit sicherlich auch Erben auffinden. Denn der Magiergraf soll viele Erben haben. Ob derjenige, den ihr damals gestellt hattet, auf der Waldinsel, ob das ein echter Erbe von ihm war, wisst ihr nicht? Er nannte sich zumindest Graf von Eders. Hast du eigentlich für den Malungen gemacht? Den haben wir bei einem Preuost-Tempel abgeliefert, dass sie... So eine Jarlan-Aktion, ganz ehrlich. Ja. Naja, aber wir haben aber davor noch von ihm erfahren, dass er kein Erbe im Blute ist, sondern dass er eher ein Amtsnachfolger ist. Also das haben wir noch von ihm rausgekriegt. Aber ja, das ist ja immerhin ein ganz interessantes Detail. Und ja, ansonsten würde ich den Nachmittag quasi nutzen, um den Kontakt zu pflegen. Denn Jalef Ibn Yasafa ist ja ein ganz sympathischer Typ. Ist er. Wolltags. Ja, ich würde auch beim Gespräch mit Jalef Ibn Yasafa dabei sein. Erstens, weil es mich interessiert, weil er ein Elementarist ist. Und zweitens, weil ich den auch am nettesten fand von allen. Ich würde dann auch ihn fragen, ob er vielleicht mich elementar mit ihm austauschen. Vielleicht kennt er ein paar wahre Namen, die ich noch nicht kenne oder andersrum. Du kannst ja einen beliebigen Elementarzauber aufschreiben, der dir noch fehlt. Aber trotzdem, in Geodisch. Den gibt es nicht in Geodisch. Jetzt schon. Einen beliebigen Elementarzauber. In Geodisch? Meinetwegen auch das Erste. Erz-Erzmagier. Okay, dann streiche ich mir nämlich das Artefakt von der Liste, das du brauchst. Ja, ich weiß, was ich nicht nehmen werde. Cool. Sau geil. Und zum Zweiten wollte ich dann noch ein kleines Paket fertig machen. Denn der gute Saldorfosslerin ist ja immer so grießgrämig und schlecht gelaunt. Und Boltax glaubt, dass es daran liegt, dass er einfach keine Freundin findet. Deshalb mache ich ihm jetzt ein Paket fertig. Ich habe ja extra Stollen Nummer 5 zweimal gekauft. Da mache ich jetzt ein Stollen Nummer 5 und ein Stollengrollen und einen netten Brief schreibe ich ihm. Lieber Saldor, ich weiß, du hast es manchmal schwer in deinem Leben und du möchtest ja nicht so gerne über deine Gefühle reden. Aber ich hoffe, mein kleines Geschenk hilft dir, deine Seelengefährtin zu finden. Ich weiß, es ist schwer, seinen Bruder zu verlieren. Und wenn du mal Hilfe beim Kampf gegen die Drachen brauchst, frag mich. In freundschaftlicher Verbundenheit. Boltax. S, du findest bestimmt auch noch die Liebe deines Lebens, so wie ich das getan habe. Oh, Angoschminia ist so toll. Och, ich liebe sie so sehr. Ja, sie ist eine wunderbare Frau. Kurz bevor ihr nach unten im Keller das Portal betretet, kannst du dir noch durch das Gemäuer, selbst im unteren Stockwerk, ein langgezogenes Boltax hören, bevor ihr das dann betretet. Aber er hat sich gefreut. Rafim, möchtest du noch irgendwas tun? Ja, und zwar, mein Ziel ist es, so viel Zeit wie möglich mit Hippolyta zu verbringen. Alles klar. Nur um den anderen Erzmagiern in die Suppe zu spucken. Dann haben wir Hippolyta beheilt. Überzeugen, wir wollen Überzeugenprobe. Natürlich. Ich bin dafür, dass wir die mit ausschifften. Nur mit ihr persönlich oder mit mehreren Menschen? Nein, nein, das ist nur Hippolyta. Das ist jetzt ein Einzelgespräch. Ja. Also kein Verhör, bitte. Ich dachte eben, das ist eine Doppelreins. Für wen arbeitest du? Spricht endlich. 18er DAB. Los. Hast du 18 Punkte übrig? Ja. Sie setzt noch schnell ihren Griffel bei, ich muss gerade gucken, wer Spektabilität von Poonin ist. Finkelfahn. Nee, noch nicht. Sierdon Cosma ist Spektabilität. Bei dem Loser unterschreibt die? Nein, die nehmen wir mit. Schicksalspunkt. Schiff, Schiff. Ja, warte, warte. Ja, ist okay. Schicksalspunkt kann sie rausgeben. Sie setzt noch schnell ihren Griffel bei Sierdon Cosma, schreibt sich offiziell in der Poonin Akademie ein und in der Grauen Gilde und wird sich dann im Schatten von Rafim runter in den Keller drücken. Ja. Alter, ihr habt jetzt Yppolita an Bord was. What? Serpentilio, was möchtest du noch tun? Beim Brunch mit Genev Ibn Yassafah wird Serpentilio sehr vorsichtig anfragen oder mal versuchen nachzuhaken, wie man denn Leute beeindrucken müsste, um zur Basilosprüfung eingeladen zu werden. Denn er ist als Erzmagier ja jemand, der das schon hinter sich hat. Ich glaube, du kannst nur von ihm Konvukat hervorgeschlagen werden. Von einem Gremium Honoris. Richtig. Und er weiß, wer in diesem Gremium sitzt, oder? So, Basiliusprüfung, das Werk eines großen Meisters. Eingeführt wurde die Prüfung auch als große Astralimination von den machtvollen, vielgrübten Magiern Basilius, dem Großen. In Magierkreisen hatte sich schon nach wenigen Jahren später der Name Basiliusprüfung durchgesetzt, seit dem Jahr 513 von Bosporans Fall. Regularien der Gilde und Ablauf der Prüfung. Ausgeführt wird die Prüfung oft während eines allaventurischen Konvents am 30. Hesinde, dem Datum des Erleuchtungsfests des höchsten Feiertags der Hesindekirche. Teilweise wird die Prüfung aber auch in kleinerem Konvent durchgeführt. Stets aber dauert die Prüfung bis zum nächsten Vollmond, was je nach Termin zu stark unterschiedlichen Prüfungsdauern führen kann. Ein Versagen bei der Basiliusprüfung ist mit dem Umstand verbunden, dass man alle seine akademischen Titel verliert und den Rang eines einfachen Adepten zurückversetzt wird. Schon allein aus diesem Grund scheuen viele, wenn auch machtvolle Magier, davor zurück, sich zu der Prüfung zu stellen. Das Risiko des Verlustes ist so groß, dass man sich lieber nicht an der Prüfung teilnimmt, obwohl man sich für bereit hält. Zu wenig ist auch über das Prüfungsverfahren bekannt, sodass eine Vorbereitung schier unmöglich scheint. Die zeremonielle Durchführung der Basiliusprüfung obliegt dem Gremium Honoris. Es besteht zum einen aus den drei Convocata Primi, jeweils einem weiteren Gildenrat, jede Gilde. Zum weiteren werden jede Prüfung sechs geheime Beisitzer bestimmt, worunter sich üblicherweise stets einige der anderen Erzmagier pünden. Das Gremium bewacht auch die Globule und seine Mitglieder sind die einzigen, die wissen, wie man sie aktiviert und dass die Prüfung in einer Art Globule stattfindet. Das Gremium Honoris kennt auch alle Auflagen und Regularien, die sich noch aus der Zeit von Basilius stammen und in einer weitreichenden Niederschrift aufbewahrt werden. Zur Prüfung zugelassen werden nur wenige Magier, jedoch muss man nicht einer der Gilden angehören. Auch gildenlose Magier können theoretisch an der Prüfung teilnehmen, doch haben sie oft keine Fürsprecher. Man muss nämlich Fürsprecher besitzen und diese müssen dem Gildenrat den Vorschlag unterbreitet haben, dass man als Prüfungskandidat in Frage kommt. Stimmt der Gildenrat zu, so hat man die Erlaubnis, beim nächsten allervendorischen Convent an der Basiliusprüfung teilzunehmen. In der Regel muss man große Leistungen für die Gildenmagie verbracht haben, damit der Gildenrat dem Antrag zustimmt. Ja, das kriegen wir hin. Ich glaube, da sind wir alle drei dabei. Drei gehen rein, einer kommt raus. Ich sage eine, vier, wer weiß, vielleicht kriege ich nochmal ASP. Ich schenke dir einen, komm, Rüder, doch das mal gehör. Mit wem sprichst du? Mit Jellif Ibn Yassafah. Mit Jellif Ibn Yassafah. Das zeichensanschränkige Herzmarke. Ja, da will ich aber eine Überzeugenprobe haben. Überreden, oder? Nee. Darf ich? Darf ich ihn unterstützen? Ja, darfst du. Darfst du. Darf ich auch? Ja, darfst du. Überzeugen würde ich haben. Sollte ich auch überreden ab? Ich will da 30 Punkte haben. Ähm, wie viel muss man, wenn man ableitet, auf Überreden? Um wie viel ist es dann erschwert? 10. Nicht 5. Achso, 5. Darf ich ihn mal als Hilfstalent verwenden? Es ist 5 Punkte. Es ist 5 Punkte erschwert, dann mache ich es trotzdem erschwert um 5 Punkte. Weil ich ja Überreden 17 habe. Also, Zulamin. Ich schaue das. Doppel 1. Ist das eine Triple 1? Nee, 5. Ich habe eine Doppel 1. Oh Gott, Alter. Okay, dann muss ich nicht mehr schippen, oder? Dann müssen wir gar nicht mehr würfeln, oder? Du kannst. Du hast doch noch einen Schicksalspunkt, Zulamin. Dann benutzt das doch. Ja, ich glaube, ich schippe beides, weil 17, 19 ist. Ja. Wie dumm ist das denn? Jetzt würfelt er denn Doppel 1. Ist das? Willkommen. So, dann. Äh, Seppentilio muss selber noch einmal würfeln. Ja. Darf ich mal Gikon als Hilfstalent heranziehen? Ja. Ja. Gibt aber die Hälfte. Die Hälfte. Hilfstalent halt. Oh, die Hälfte von 17 ist. Alter, was ist denn das? 17, 18, 9. Äh, 9. Kriege ich hin. Dann Schwert um 5, Erleichtert um 4. Äh, Quagia, Erleichtert um 5, Erleichtert um 9, also Erleichtert um 4. Würft deine Probe. Ich gehöre dafür überreden ab, wie gesagt. So, äh, das ist flockig geschafft, denke ich. Convocata Primi, Saldor Foslarin, Elkaner von Hohenstein und Salpikon Savartin. Convocati sind Talian de Raffadeon, Metelesa Yakumari, das ist natürlich überhaupt nicht gut für Zulamin, und Demelieu Terbysios. Die kennt ihr auch schon. Die kennen wir tatsächlich schon. Talbysios kennt mich und ich kenne sie. Naja, weil Metelesa Yakumari, ihr wisst ja, dass die nicht so toll ist. Ja, ich hab ja, ich hab ja mit der keine persönliche Fehler oder so. Nee, das hat sie nicht, aber sie ist einfach unangenehm. Geheime Beisitzer. Ähm, ja, ihr müsst wirklich lange mit Jalef reden und in ihm sein, seinen väterlichen Großvaterinstinkt wecken. Und ihn abfüllen, vergisst das nicht. Nee, 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 er trinkt halt nur, äh, nee, er trinkt nicht. Esindiane Gilindor ist von der weißen Gilde. Grau ist Jalef Ibn Yassafah und Taralisin von Borbra. Den kennen wir auch, also Abel, der kennt ihn. Und ich glaube, Voltax. Ich kenne Hilfe von denen, insofern. Ich hab ihn vom Namen gehört. Und schwarz, Tomekaterion, Dereon, 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 Zornbrecht, Lovarion. Haben wir einen Sack, kriegen wir ihn. Und Deveron Elgerstein. Elgerstein, den kennen wir. Den kennt Abel, mir vor allem. Der stimmt, den kennt Abel, mir. Der kann uns bekannt machen. Das ist Gremium Honoris für das Jahr 34. Oh Mann, die Hälfte kenne ich. Okay. Sieht gut aus. Und mit dieser Liste Gremium Honoris für die nächste Basilius-Prüfung hat Serpentilio tatsächlich vielleicht dieses Mal die Chance, aus politischen Gründen sich einen Platz zu ergattern. Und er fängt auch direkt an zu arbeiten, solange wir noch hier sind. Ja, das war super. Ja, das war so. Aber da, das ist ein Beispiel bei mir. Untertitelung des ZDF, 2020